Willkommen zur nächsten Saison zu der Fotoherausforderung in Forza Horizon 5 und zwar hier den Hotshot und dafür habe ich den Ford Focus RS von 2003 genommen und das befindet sich hier auf der Karte an diesen Straßenszenen-Außenposten und jetzt soll man hier einfach nur noch ein Foto machen Da kriegt man den Doppelhaken und jetzt gucke ich nochmal nach, ob es auch wirklich funktioniert hat Ja, und das ist Gold Das war es auch schon wieder mit der Fotoherausforderung Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal